So, guten Morgen, willkommen zurück zu Swarm Simulator Da ist Spielball, indem ich unnötig viele Folgen aufnehme, wo es niemand sehen will, das ist großartig Ich sollte die Folgen irgendwann nochmal hochladen bei Gelegenheit Ich möchte gar kein Untergen ausgeben, ich möchte Energie erstmal gucken Ich habe eine Bett, ich hätte gerne noch 999 weitere, bitte Geht da noch was? 30% mehr Power, jetzt müsste ich hier wieder irgendwas mit 21 Minuten haben Ne, das wären dann nochmal 1000 Machen wir nochmal 1000? Ja, machen wir heute ein kurzes Video Stimmt, ich hatte dann nochmal 1000, dann dauert das jetzt nämlich 21 Minuten Mehr lohnt da auch nicht mehr so wirklich Und wenn wir schon dabei sind, machen wir auch nochmal 1000 Also ziehen wir 75% mehr Energie Und Nightbug Geht so, okay, lassen wir das erstmal Wir wollen erstmal die Larven upgraden, glaube ich Erstmal hier 9 Larven-Dings kaufen Hier unten nochmal das Ding Jetzt kriegen wir auch langsam wieder Mutagen rein, sehr schön Können wir hier was nützlich aufrüsten? Jawohl, erstmal hier Das lohnt, das geht, das drückt rein, passt alles Geht auch, läuft Läuft, läuft immer noch UDC, läuft Läuft alles Ich weiß nicht Gut, ich habe jetzt keine Grafik, wo man sieht, wie die laufen Aber ich glaube, wie die laufen Was haben wir denn hier noch so, was zum empowern Wir empowern mal alle Weil wir können es uns ja leisten Oh Gott, oh Gott Ich habe doch nur zwei Tage nicht aufgenommen Wir haben 781 Billionen Larven Hier sind wir bei Trillionen QA Also wollen wir hier ab hier upgraden, glaube ich Geben wir uns mal 10 Trillionen auf, würde ich sagen Und dann mal gucken Wir brauchen hier 10 Millionen Hivequeen Also muss ich hier nochmal so 30 Millionen machen Ähm Auch mal 30 Millionen, bitte Und dann kann ich hier 10 Grauen Die wieder ausgeben Und dann hier einfach mal 7 Billionen machen 2,6 A Ne, das lohnt nicht so wirklich Das lohnt nicht mehr so wirklich Ähm So, wo haben wir hier Wir brauchen bei Trillionen Hier bei 1,3 QA Machen wir aber hier 150 Trillionen Das passt dann schon Und dann fehlt mir auch das Meat schon wieder Soll ich denn vielleicht mal Super Meatball spielen Aha Der war lustig Nein, war der nicht Ja, komm Kaufen wir überall mal hier Stufe 8 Ähm Das wird hier mal ordentlich produziert Jawoll Lass mal fett Upgrades kaufen Lass mal fett Upgrades kaufen So, wie viel Energie habe ich jetzt gesagt 2.37.000 läuft Ne, genau genommen Dreh sie hoch Aber Details So Gut, was wollte ich noch tun Ähm Hier haben wir Billionen Da haben wir schon Trillionen Hier haben wir dann halt Das steht schon irgendwie Ja, ne Das passt schon Gut, ähm Machst hier nochmal Ähm Was mal ein Timebomb Dazu führt, dass sich das hier wunderbar nach oben schraubt Könnten hier mal noch mal 100 Millionen aus Ja, ne Oder Ne Ich spar die Larven vielleicht lieber an 39 Trillionen Ja, ne Glaub ihr nicht, dass das passieren wird Was mich jetzt dazu bringt Hier an den Time Warp zu machen Um noch mehr Upgrades kaufen zu können Ich glaube, das wird eine kurze Folge heute Jetzt werden die Videos langsam kürzer Soll ich mal alle grauen Klar, grau alle Komm Kaufen wir das Upgrade hier Und grauen gleich nochmal 24 Billionen Hier können wir das Upgrade noch leisten Schöne Sache Ähm War ich beim letzten Mal ein bisschen Neuro Profit Ich weiß es nicht Wir haben noch Archivment Archivbets Hallo Auch muss ich denn hier klicken Weil ich eine Schneise habe Hive Impressors Scheinbar Jetzt würde hier Ding stehen Dass ich hier ein Upgrade kaufen soll Aber das tut es nicht Also Langsam habe ich echt genug Larven Ich cheate Hallo Das ist immer noch ein bisschen besser Ähm Nichts wird Grafik zeigen Grafik ist übergewertet 1000 Kann ich bin hier bei 10.000 Ist das nächste Hm Mh Mh Brauen wir nochmal mal 38 Billionen Hier Es sind ja gerade noch 7.000 die ich bauen kann Aber ich brauche mehr Ich brauche mehr verfickte Scheiße Machen wir gleich zweimal Das wollte ich ja loben Jetzt noch einmal machen sollen Und dann das Upgrade gleich kaufen Mehr Roaches bitte Aber eine Quadrillion wenn das so weitergeht Sieht so einsam hier oben aus Ja das lohnt halt nicht Das lohnt ja doch nicht Also wir kaufen erst mal das Upgrade Definitiv Und dann Ich habe hier nur 10.000 im Angebot Und deswegen brauche ich nochmal 30 Billionen Reicht das? Das reicht natürlich nicht Natürlich nicht Hallo Was aber das reichen könnte Das sind 111 Billionen Ich brauche hier das Upgrade Dann habe ich hier nochmal ein paar Millionchen mehr Ja das Upgrade kann man uns auch leisten Kostet ja nichts mehr Das Upgrade kann ich mir noch nicht leisten Läuft doch gut In diesem Spiel ohne Gegner Wieso gibt es ja keine Multiplayer Motorscrollers Kackspielen Dann wird das da oben mal nicht so leer aussieht Das ist ja kacke Hier komm Hältsch mir überall mal so ein paar Keine Hältsch Was ist das hier denn? Ah Miet Doch 1000% nicht 1% Das ist Komma und Punkt Lernt das doch mal Scheißpausländer Ähm Räuchte ich jetzt 100 Boah Jo Jo Chrome war bei der Gelegenheit hier mal Das soll sich ja auch lohnen Merke ich davon irgendwas? Also das ist 0% Aber hey es wird angezeigt Ist doch auch schon mal was Schönes Ähm Warte ich jetzt noch so lange Ne Komm mal Time Warp Hitschen dann mal 256 So Hört mir das nicht so leer aus Ich mein hallo wenn da 0 steht Ist doch kacke Wir will ja schon da 0 stehen haben Hallo Das dauert noch 4,5 Stunden Schön Läuft 3.000 Euro 100.000 Ja kein Ding Hier Kauft mal Und dann läuft da doch schon Und wie das läuft Das gucken auch noch Geht das Ganze noch schneller Dann können wir gleich wieder Schluss machen Die Videos werden kürzer Ich merke schon Aber hey Bei der starken Nachfrage Ist das jetzt nicht so problematisch Oh ich kann bald schon wieder ascenten Aber das wollen wir noch ein bisschen abwarten 106 Trillionen So Ich bin Gehen wir mal hier ordentlich Kann man uns auch leisten Jetzt geht da mal was vorwärts auch So ein bisschen 3,45 Millionen Ich kaufe dieses Upgrade Hätte ich hier nochmal 708 Trillionen Hätte ich hier nochmal 70 Millionen Ja komm Da kann ich ja das Upgrade kaufen Ich mein da machen wir ja schon Billionen jetzt Läuft Das ist gleich wieder vorbei Mensch Ja gut Ich habe die Hauptenergie erst mal in Betz gesteckt Aber 21 Minuten ist halt schon toller als 15 Minuten So wie sieht es hier aus Immer noch im Billionenbereich Warum nicht Dass das jetzt so sinnvoll war Diskutable Frage Nun 71.000 Das ist alles Wir machen mal kurz hier den da Äh hallo Ich möchte das nicht woanders hinschieben Ich möchte einfach nur kaufen Kommen wir nochmal 13 Millionen hier Gauen Hab ich noch was im Hintergrund Ja ich hab noch was im Hintergrund laufen Das ruckelt das auch so So das Moment Solltet ihr jetzt nicht Jetzt seht ihr das auch nicht Nö Nö Hoffe ich zumindest Dass ihr das nicht seht Ähm Ich kaufe es mir noch ein paar Trillionen ein Ah 4,5 Millionen Ja gut Das Territorium nehmen wir jetzt aber schon noch mit Na komm Bisschen da ein Das sind langsam meine Puna Wollen wir da einkaufen können So 3 Tage 3 Stunden Also 3 Tage etwa Äh ich hab noch Kristalle Ja 7.000 Aber Nö 11 Stunden könnte ich dann 1 Cent Aber damit warte ich noch ein bisschen Wir brauchen auch noch viel mehr Mutter G Was kostet 244 Millionen Das da möchte ich auf jeden Fall noch haben Oder dass ich mehr Energie produziere Das gab's ja auch irgendwo ne Ja Hm Die beiden hätte ich jetzt gern spontan noch Millionen braucht er schon für Pfff 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 Hive Impressors Wie viel soll ich da herstellen Guck mal kurz Ähm Oh 10 Quadrillionen Wir haben schon 1% Joa Es gibt das 30 Punkte gleich Hm Und Ist natürlich interessant Ähm Ja gut Das lohnt noch nicht so ganz Aber hey Ordentlicher Millionen hier Bereich Ist schon ordentlich Ordentlicher Bereich ist ordentlich Aber Oh Gott Das gelabert So wird noch irgendwas Einsatzbereit Trette ich so in nächster Zeit Ne Nicht so wirklich Nö 34 Läuft Läuft Kaufen wir mal ein paar Upgrades Machen wir mal bevor wir auszünden Ja 100 Millionen Ist es halt Schon viel irgendwie Ja Karl Dann war's das Wir heute wieder Die Folgen werden echt kürzer Nur beim nächsten Möchsten habe ich dann Haufen Energie Und alles Sollte das wieder länger werden Jetzt sehen wir fast schon Eine Agile Sekunde Wow Egal Karl Ähm Mehr als 2000 Und dann auch glaube ich Nicht mehr 23000 Ja Drei Tage Dann wird es auch wieder Eine längere Aufnahme Denke ich Bis dann Sag ich Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Gucken würde noch Gucken würde noch